Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Startplatz Wiesflecker bei Greifenburg im Trautal. Der Startplatz hier besteht aus einer riesengroßen schönen Wiese, die genau nach Süden ausgerichtet ist. Und hier mit Blick Richtung Süd-Südost sieht man auch das Fliegercamp, ein sehr beliebter Campingplatz mit einem wunderschönen großen Landeplatz und einem Badesee daneben. Das Trautal verläuft hier weiter, leicht ansteigend Richtung Westen, Richtung Lienz zum Beispiel. Hier jetzt nicht sichtbar am benachbarten Berg, deutlich höher oben, sind die beliebten Startplätze der Emberger Alm. Hier geht eine Straße vorbei, manchmal kommt man auch mit dem Shuttle hier hoch, aber hauptsächlich wird der Startplatz Wiesflecker hier von Flugschulen benutzt für die Ausbildung. Dieser Startplatz hier befindet sich etwa 500 Meter über Talkrund, etwa 100 Meter weiter oben die Straße hinauf befindet sich der Startplatz Wasserteuer. Ja, hier der Startplatz Wiesflecker. Durchaus interessant, wenn man zum Beispiel am Morgen oder am Abend einen Hike and Fly machen möchte. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020